Jubel gestern Abend in Bad Gleichenberg. Sturmsjunge Wilde sind endlich am Ziel. Zwei Runden vor Schluss liegen die Grazer uneinholbar an der Spitze. Wir sind überglücklich, glaube ich, die ganze Mannschaft gemeinsam. Haben uns das erarbeitet und, glaube ich, auch verdient schlussendlich. Und dass wir es zwei Runden vorher finalisieren, ist auch noch ein Intüpfelchen und eine Kirsche auf der Sahne, wie man so sagt. Es ist doch schwierig, dass man es noch mal ins Zoll bringt. Aber ich glaube, wir sind von Minute zu einer Minute nachher bei uns reingekommen und zum Stoß. Und das, glaube ich, hat auch so reingegangen. Die Meisterkür kommt etwas schwer in die Gänge. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zündet Sturm 2 nach dem Seitenwechsel ein Offensivfeuerwerk. Goalgetter Martin Grinzer erzielt das 1 zu 0. Christoph Lang und Moritz Wels bringen den 20. Saisonsieg in trockene Tücher. Sturm 2 ist Meister und kickt im nächsten Spiel ja einen Stock höher in Liga 2. Das zeigt über die ganze Saison hin, wie super wir spielen und so alles. Und das ist einfach eine überragende Saison, eine geile Saison. Besser kann man sich das nicht vorstellen. Nach zwei Abbruch-Saisonen hat es heuer endlich geklappt. Der Aufstieg ist immens wichtig für die jungen Talente im Klub. Ich bin extrem glücklich. Es ist ein großes Ziel insgesamt, was die Weiterentwicklung des Vereins betrifft. Und ich freue mich, dass die Jungen eine größere Bühne haben, wo sie ihr Talent weiterentwickeln können und auch zeigen und beweisen werden. Ich denke mir, dass wir sehr viele Jungs, sehr viele Spieler drinnen haben, die einfach jetzt den nächsten Schritt, den nächsten Entwicklungsschritt machen müssen. Und das natürlich im eigenen Verein dann letztendlich machen zu können, das gibt uns sehr viele Freiräume, Spielräume. Es ist doch wieder eine Stufe höher und dann ist der Schritt zu den Profis nicht mehr ganz so weit. Deswegen glaube ich, war das schon ein ganz wichtiger Schritt, dass wir jetzt in der zweiten Liga sind nächstes Jahr. Damit kommt es im Herbst zumindest zu einem kleinen Start-Tabby mit dem GRK. Für den Klub ist sogar noch ein Titel möglich, Sturmsfrauentreffen in einer Woche im Cup-Finale auf St. Helden.